Moin, ich bin hier im Einblick gegenüber des Osnabrücker Doms und am 14. und 21., das sind beides Samstage im Januar, findet hier was ganz Besonderes statt. Und zwar zwischen 10 und 14 Uhr ist hier die offene Jobstreichstunde spezial. Das heißt, ihr könnt euch informieren, was bietet die HHO für Möglichkeiten, was bieten wir überhaupt für Leistungen an. Und vielleicht bieten wir auch genau für euch den richtigen Job. Kommt vorbei, informiert euch und lasst euch überzeugen, dass wir ein toller Arbeitgeber sind.